Ein herzliches Willkommen zurück im Tempel mit Malkondo. Ich weiß das gerade gar nicht, sind wir von hier gekommen? Ich bin gerade etwas... Ich glaube von hier sind wir gekommen. Verwirrt, ja. Ich wollte es hier in diesen großen Raum, den fand ich so interessant. Genau. Aber irgendwie scheint auch hier nicht wirklich was zu sein. Ja, aber hier hinten geht es weiter. Monster hast du aber schon an, ne? Ja, ja, natürlich. Hattest du, glaube ich, auch beim letzten Mal schon, beim letzten Part, ne? Äh, natürlich. Wir haben ja auch schon die Monsterfalle genutzt gehabt, bevor wir hierher sind. Ja, ja, klar, logisch. Hm. Daran soll es nicht scheitern. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich habe das alles ganz anders erwartet. Ja, ich auch. Ich mir überlege irgendwie, was ich anfangs irgendwie, dass man alles so gehört, oh, das ist voll gefährlich und... Ja. Man sollte da nur gut ausgerüstet reingehen. Ich glaube, jetzt sind wir wieder dann in der Mitte, ne? Ja, zumindest in der Nähe davon. Ist etwas höher wahrscheinlich nur. Ja, gucken wir halt hier erstmal lang. Also wir sollten wohl vielleicht anfangen tatsächlich, äh... Ja, und hier sind wir jetzt wieder in der Mitte. Aber tatsächlich etwas höher. Ja, hier haben wir ja vorhin schon geguckt gehabt. Ja. Da sind wir ja vorhin schon rausgekommen. Ja, das stimmt. Ist hier noch irgendwo was? Hm. Auch nicht wirklich, hier ist auch schon zu Ende. Hier geht es nochmal nach oben. Ja, ich glaube, da waren wir gerade. Ja. Es scheint irgendwie alles miteinander verbunden zu sein und irgendwie... Irgendwie ist da so nichts, ne? Oh, ich brauche Luft, 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 Luft. Ah. Hast du noch? Ja. Dann ist ja gut. Ja, letztendlich... Huch, ja, guck mal, hier ist der Boden. Wir sind jetzt hier auf der untersten Etage. Stimmt. Dann sollten wir mal versuchen, vielleicht sollten wir mal versuchen, von der Mitte aus... ...uns mal in irgendwelche Richtungen zu buddeln. Du meinst so wie nach oben oder irgendwas? Oben oder unten. Hier zum Beispiel jetzt weiter nach oben. Wäre doch was. Muss ja einen Grund haben, dass hier das ganze Zeug rumliegt. Naja, vielleicht soll das doch einfach nur schick aussehen. Ja, möglich. Ah, wir können ja mal gucken. Oh, hier geht's nach draußen. Ja? Ja. Okay. Ja, da oben geht's nach draußen. Das ist ja... Oh, das ist jetzt ja nicht so... Oh, ich glaube, ich brauche mal Luft. Nicht so erquickend. Nee, nicht wirklich. Brauchst du Luft, dann kannst du ja eben kurz... Oh ja. Oh, ja. Lass uns mal hier oben versuchen. Da oben ist so der Mittelpunkt, der Mittelpunkt der Welt. Ja. Und hier buddeln wir uns jetzt einfach runter. Okay. Gucken wir mal, was da ist. Hier ist auf jeden Fall ein Raum. Ja, wahrscheinlich waren wir da auch schon. Nee. Hier waren wir jetzt noch nicht. Stimmt. Hier sind wir noch nicht gewesen. Und hier geht's auch weiter runter. Vielleicht machen wir auch irgendwas verkehrt. Vielleicht muss man sich bei den Dinger noch irgendwie speziell irgendwo runtergraben oder so was. Alles möglich, alles möglich. Ich hab mich über diese Dinger weder belesen, noch hab ich davon irgendwas gesehen gehabt. Mhm. Also hier geht's jetzt immer weiter nach unten und dann kommt man auch wieder in diese normalen Gänge rein. Hm. Also ich verstehe das nicht. Hier soll doch ein Boss und sowas drin sein, oder? Ja, ich war auch der Meinung, dass das so richtig fiese sein soll, durchaus. Dass das so richtig eine Herausforderung ist, irgendwie dieses... Ja. Hier ist so gar nichts. ...Dingen zu meistern. Okay, ich hab jetzt hier was Neues gefunden. Aber ich komm mal zu dir. Ich bin auf dem Weg. Ich bin jetzt direkt hinter dich. Also, das ist auf jeden Fall... Ja, das ist auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes, das stimmt. Aber so wirklich, ich baue mal ab hier einfach jetzt. Wir hätten ja noch ein paar mehr Tempel, falls die auch mal leer sein könnten. Ja, also so ist das ja nicht. Ja. Dass man dann einfach nochmal in einem anderen guckt, aber... ...das ist ja eigentlich... ...das ist Betrug. Mojang hat uns betrugen. Oh, da kann man raus gucken. Hier gucken. Hier ist auch ziemlich groß. Aber das scheint hier auch so der Außenring zu sein. Wenn man hier nach unten geht, sieht man das. Ja. Das ist so ein fetter Block in der Mitte. Ja, ja. Und man kann hier so außen rum. Ah. Ich muss atmen. Dann tu das. Ach, tu ich ja. Mal was essen. Ja, also bis jetzt hat sich ja so noch nichts getan, ne? Das ist irgendwie... Überhaupt nichts. Ich hab nicht mal ne Dings... Ich hab nicht mal nen Oktopus oder so ne Krake oder wie die Dinger hier heißen gesehen. Ja, ich hab jetzt grad irgendwas gehört, aber... Ich weiß nicht, wie die Fische heißen. Das hab ich vergessen. Welche Fische? Na, die hier rumschwimmen. Normalerweise. Es gibt ja hier diese Fische. Ach so. Du redest jetzt von den Tempeln? Ja. Ja, aber wir haben hier noch überhaupt nichts gesehen, ne? Nö. Deine Fackel leuchtet unter Wasser, ja? Ja? Ja. Hattest du doch eben. Ne, die leuchtet bei mir nicht. Echt nicht? Bei mir hat die geleuchtet. Also, ey, wieso kann ich da... Oh, lass mich auch mal kurz... Oh. Hat gereicht. Ja? Ja. Ja, jetzt sind wir hier wieder... Ist das die gleiche Mitte? Ja. Hier ist der gleiche kaputte Block. Hm. Das ist ja echt suspekt, muss ich sagen. Ja, dann gehen wir doch mal hier. Gucken wir mal, was das hier zu bedeuten hat. Und hier geht's dann wieder nach draußen. Nicht. Ja, merkwürdig, ne? Also hier ist tatsächlich nichts drin. Nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Nada niente nullu. Irgendwie merkwürdig. Hm. Oh, hier geht's noch ein Stück weiter. Müssten wir höchstens, äh, wirklich mal versuchen, noch in den anderen Tempel rüber zu schwimmen. Aber hier waren wir schon. Ja. Das würde ich fast vorschlagen, weil das ist ja irgendwie... Ja, lass uns kommen mal hier unten raus. Das hier ist irgendwie ein bisschen lahm. Warte kurz, ich will nochmal eben atmen. Ja, hier ist so gar nichts los. Wundert mich wirklich. Vielleicht machen wir vielleicht tatsächlich irgendwas falsch. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht was. Dass wir uns an den falschen Orten aufhalten. Aber es ist auch einfach möglich, dass in diesem Tempel nichts ist. Ähm. Ja, normalerweise, das ist das Einzige, was ich von den Tempeln schon weiß, ist, dass wenn man hier in die Nähe kommt, sieht man schon diese Fische. Ja, das ist doch... Die haben doch auch... Ich hatte auch mal in... Ich glaube, das war Dantoria oder so, wo so Strahlen waren irgendwie, die von diesem Tempel aus gingen. So Lichtstrahlen irgendwie. Ach, echt? Ja, ja, das war irgendwie so... Ja. Ich meine, dass das Dantoria war, aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, ich bin jetzt mal nach oben geschwimmen. Ja, ich bin auch auf dem Weg. Das war jetzt ja nicht sehr erquickend. So, jetzt muss ich überlegen, wo der Nächste war. Ich glaube, gerade rüber. Müsste noch einer sein. Also Richtung Zuhause. Ja, ich muss mal eben mein... ...mein Boot rausholen. Und dann einfach in die andere Richtung müsste, glaube ich, noch einer sein. Wir gucken mal. Ich folge dir einfach mal. Okay. Schauen mal. Wir dürfen nur nicht ganz so die Orientierung verlieren hier. Hast du keine Waypoints? Nee, hier habe ich keine Waypoints. So. Gucken, ob sich da... ...was auftut... ...an Tempeln. Ich weiß, dass hier drei Stück umzu sind, aber wo genau, das weiß ich natürlich nicht. Hm. Ich würde mir hier mal eben schnell eine Waypoints setzen. Ja, das machen wir. Ich finde, das ist... Ähm... Ach, wie klingt das noch? Eine Gute. Ich glaube mit H oder so. B. B. Ähm... Machen wir einfach startet, fertig. Bestätigen. Punkt. Und hier aus nächst dann... Ja, oh, toll. Jetzt habe ich kein Boot mehr. Ja, dann lass uns mal eben zurückgehen und mal eben ein neues Boot machen. Du kannst ja hier gar nicht mit rein, ne? Nee. Du bist mir voll an mein Boot gefahren. Das wollte ich nicht. Ich habe ja halt noch gesagt, oh, ah, 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 weil ich wollte eigentlich weg, denn du bist mir ins Boot gefahren. Bin ich überhaupt nicht. Also ich muss sagen, ich bin jetzt ein wenig enttäuscht von dem Tempel. Ja, ich auch. Das habe ich mir auch was Netteres drunter vorgestellt. Und ich weiß nicht, wo genau hier noch einer ist. Toll, jetzt ist das Boot weggefallen. Äh, das ist ja doof. Ja, aber bis nach unten komme ich nicht. Nee, das schaffst du nicht. Da stirbst du vorher. Ja, dann ist das jetzt leider weg. Brauche ich auch ein neues. Soll ich das Zeug hier mal irgendwo lagern? Ja, kannst du einfach mal auspacken. So, ich bin jetzt gleich auch da, endlich. So. Hallo. Hallo. Jetzt hatten wir uns so gut vorbereitet, ne? Tja, jetzt hat das alles überhaupt nichts gebracht. So, ich habe ein neues Boot. Ach, du brauchst auch eins, ne? Ja, machst du mir auch immer eins. Das wäre nett, dann brauche ich mir kein Holz irgendwo raus suchen. Vielleicht sollten wir uns jeder zwei einpacken. Ja, besser ist das wahrscheinlich. Okay, der ist noch eins. Ja, ja, ich kriege die noch zusammen. Das freut mich. Eins. Und zwei. Danke. Bitte. Ich muss gerade mal gucken, ob da hinten ein Tempel war. Ich gehe einfach mal schauen. Ja, mach das. Ja, toll. Reingefallen. Yay. Voll reingefallen. Voll reingefallen. Von hier aus komme ich nicht mal hoch. Mindestens nicht ohne weiteres. So. Ähm. Von hier kann ich jetzt keinen sehen. Soll ich, ob in dieser Richtung einer war oder ob das jetzt in die andere Richtung tatsächlich war? Hm. Ach, wenn ich das nur noch wüsste, Mensch. Das ist irgendwie... Ja, sonst müssen wir einfach mal auf blauen Dunst losfahren. Ich habe jetzt ja den Waypoint hierher. Ja, du. Von mir aus können wir das machen, also... Und deshalb fahren wir doch einfach von hier mal los. In Richtung Süden. Also Osten, Süden, Osten. Der östliche Süden. Südosten. Ja. Uch. Hier die Wasserfall. Ich folge dir. Ja, ich glaube, dass hier irgendwo was war. Aber ich... Wir müssten eigentlich relativ schnell auf einen stoßen. Man hat das ja in diesen Welten, die so extra... ...regeneriert sind irgendwie, dass man... ...ja, tausend Tempel hat. Mhm. Genauso wie man in... ...in einer Flachwelt eigentlich immer Dörfer ohne Ende hat. Ja, ja, genau. Deswegen denke ich, sollte das kein großes... Da ist einer. Ah. Ja, das ist kein großes Ding hier. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob da vorne vor jetzt diese Fische rum sind. Wenn nicht, weiß ich nicht, ob da irgendwas verkehrt ist. Jetzt wollte ich gerade sagen, eventuell habe ich ja auch die Map generiert in der falschen Version. Aber dann hätte ich die Tempel ja gar nicht, ne? Ja. Ich weiß natürlich auch nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass man hier so wenig Landmasse hat. Mhm. Hier scheint auch nicht allzu viel los zu sein. Ich weiß nicht, das sieht man halt von hier oben auch nicht. Na? Ähm. Warte mal. Ich halte mal eben an. Ich will eben schnell was schauen. Ich kontrolliere ja, aber es ist auf einfach. Und, äh, Tempel müsste reichen auf einfach. Ja, da ist bestimmt irgendwas los. Ich sehe aber nur dich auf der Minimap auch als Mob, ne? Da ist so nichts drin. Warum ist da nichts drin? Muss man da irgendwas Bestimmtes für machen? Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht sollten wir da mal nachgucken. Du bist jetzt verschwunden. Ich schwimme da jetzt runter gerade. Ja, du bist jetzt auf der Minimap verschwunden. Das heißt, wir haben noch Hoffnung, dass wir da unten eventuell was sehen an den Mobs. Okay, hier ist irgendwas, ist hier. Gut, das ist ja schon mal gut. Mal Kondo schreit. Da ist irgendwas. Was war denn das für ein Viech? Und was hat das mit mir gemacht? Uah! Ach, siehst du? Siehst du? Mal Kondo schreit, genau. Ja, ja, wunderbar. Wo kommst du denn? Ich hab's wenigstens gleich gehauen, nur nicht getroffen. Ja, also das sind jetzt die Viecher. Hier ist definitiv was los. Was ist Abbaulähmung? Achso, wir können nicht abbauen oder wenig, schnell, langsam abbauen oder was? Ich kann jetzt sowieso nichts abbauen. Oh Gott, das ist ja übel. Hau da mal drauf. Ich versuch mal hier den Block abzubauen. Tut sich da was? Oh, das ist ja übel. Bestimmt tut sich da irgendwas, aber... Cool. Geil. Okay, das sollten wir auf jeden Fall abwarten, die Zeit. Sonst können wir die Leitern überhaupt nicht wieder mitnehmen. Vier Minuten. Ist ja übel, ja, aber ohne Leitern keine Luft. Ja, ich hör die Viecher. Noch mal Luft holen und dann... Lass die Leiter doch erstmal hängen und wir bleiben hier erstmal in der Nähe. Ja gut, das können wir hier umgucken und so, das können wir uns ja. Das spricht ja nichts dagegen. Ich wollte jetzt nur nicht in den Tempel rein. Hörst du das? Ja, ja, ich hör das. Oh, hier oben ist einer oder so. Oha, das ist ein Riesenteil. Bist du denn? Ich glaube, hier von hier außen sieht man schon den Boss. Ist das möglich? Irgendwie sowas. Das ist ein Riesen-Ries. Oha, das ist irgendwie verbuggt, dass der da im Dings hängt. Wirklich. Ich komm auch mal zur Leiter. Interessiert mich ja schon, ne? Natürlich. Aber ich würde jetzt sagen, dadurch, dass wir eh jetzt diese Abbaulegung haben, würde ich jetzt an dieser Stelle erstmal den Part beenden. Bis wir dann wieder neu gestartet haben, ist das fast ausgestanden die Zeit. Gut, machen wir. Und dann schauen wir mal, was dieses Riesenfiech da oben ist. Okay. Machen wir. Gut, also dann bis zum nächsten Part. Jo, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.